Guten Morgen zu einer total fiesen Uhrzeit vom Kamener Bahnhof. Ich mache heute ein großes Abenteuer. Ich benutze die Bahn, um nach Berlin zu kommen, um auf eine Bahnmesse zu gehen. Bis später. Bis später. Bis später. So viel zu sehen und zu gucken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr spannend findet, was ihr gerne im Modell sehen würdet. Und wer weiß, vielleicht passiert es. Ich habe den großen Bruder unseres ägyptischen Desiros gefunden, den ägyptischen IC. Bis später. Ja, das ist doch schön. Schönste Look der Ausstellung? Definitiv die! Schönste Look der Ausstellung! Untertitelung des ZDF, 2020